Herzlich Willkommen hier in Mallorca. Gerne möchte ich die Finca Col de Pee vorstellen. Was gefällt uns an dieser Finca? Sie ist toll eingerichtet, es gibt entspannte Möglichkeiten zum relaxen, zum entspannen und ein wunderschöner Ausblick, der direkt am Pool gelegen ist. Gerne möchte ich mit Ihnen auf Ihren zukünftigen Urlaub anstoßen und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Prost! Finca Yorker. Urlaub dir was.